ARD Text im Auftrag von Funk Dann können wir ein Machine-Ski raus Ja Ja Weg oben zum Gas noch Lass Lass All Und Mag Das sind zwei Squats, zwei Was, das sind mehrere Eins dreht ab Ja, das sind zwei Squats, Junge Ich glaube es sind sogar drei, also ich habe mehr als acht Leute Oh, da kommen noch mehr Also einfach Pistol, verschanzen Hä? Ich schwimme denn mit dir heute nicht ein Einfach Pistol und gib ihn Leute gleich abknallen, die runterkommen Habe ich schon mal versucht, da warst du schlecht so Geht aber Ja, ja es geht Kein Problem Boah neben mir steppt so viel Im Haus Ich glaube eine ganze Armada ist da Ich bin bei dir Im Haus Ja sicher Guck mal wo ihr seid auf der Karte, guck mal wo ich bin wieder Außerhalb der Zone würde ich sagen Oh ne Johannes ist doch einen ganzen Meter weiter weg Sag ich doch Johannes ist schon mal unser In den Kopf In den Kopf Und noch ein Auto hier rein gefahren Ich habe keine Waffe, hier liegt nichts wieder rum Ey, warum? Nur ein MP liegt hier auf dem Boden Nirgendswo ey Was ist das bei mir? Ich glaube einfach Pech in dem Spiel Pech in dem Spiel Pech in dem Spiel Ja, aber musst du ja Glück haben Hast du Otto schon mal? Ja Ich finde genauso Okay Das geht manche Menschen und die haben überall noch Ja mein Psycho Mein Psychopath sag ich es Mein Psychiater meinte auch Manche Ja Sollten es mit dem Lehm lassen Viel Glück Okay Okay wir haben wieder gewarnt Ich habe wieder einen Umhang gefahren Ja Rette mich mal Komm mal her und rette mich Um mich herum Laufen die Leute Ich sehe sie rennen Ich habe keine Waffe Nichts Nur Pistole Sobald ich meine erste Waffe habe Komm ich okay Als ob Ja wirklich Du hast mich eben gerettet Rechne ich die Hure an Ich habe dich schon 3-4 mal gerettet Rette ich immer 1 1 2 3 1 2 2 2 1 3 4 5 side ضlic So, jetzt hab ich ne Waffe, jetzt geht's auf die Jagd. Ich hab ne Uzi, ich hab auch immer noch. Komm, wenn du mich rettest, hab ich mich selbst verteidigt. Ich hab ein Vierfachsucher, wieder 30 Hologramme. Echt? Ja. Das Ding ist halt, ein Vierfachsucher, entweder findet man die in Massen, oder gar nicht. Ich würd gern so ne Vierfachsucher auf so ne Pumpe draufschrauben. Ey, geht ja mit der S12K, kannst du ja. Ja, so ein Ding wär auch geil, so ein, ähm, auch die, äh, wie heißt die, die Pistole. Oh, ich bin im Haus neben dir. Ja, okay. Ja, ich bin im Haus neben dir. Alles gut, mein Freund. Ich hab noch keine Hoffnung. Ich find euch das, ich find euch das geilste an dieser Stadt an Puschinski's am Rande, hier das einzelne Haus, da der Balkon. Und du siehst, da werden so viele Seitenstraßen rein. Ja. War das jetzt deine Antwort da drauf? Ja. Ne, ist wirklich so. Ach man, ich, 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 duke mich gleich. Was hat er jetzt gesagt? Ne, er dukt sich weg. Der hat gestern gesagt, statt ducken, hat er ducken gesagt. Und da meinte der, der Niklas auch noch so, das heißt doch so, ducken, ducken. Er heißt ja auch so hier. Ja, ein Scheiß heißt das so. Kommt das von Hadouken? Oder? Von Hayuket. Hayuket. Wir müssen wieder zurück, ich muss meinen Helm holen. Ich brauch eine AR, Alter. Ich bin die ganze Zeit mit einer Uzi durchgegangen. Wir müssen ja auch nach oben. Ja, ich hau ab. Der Straße ist doch bestimmt ein Auto, da steht doch immer ein Auto. Ja, ne, leider nicht. War der schon in dem Garagenhaus? Ja, da bin ich gelandet. Wollen wir nach oben jetzt? Wollen wir... Naja, ich hab eh nur eine Uzi. Scheiße. Hier ist eine UMP noch. Hab's schon. Hier ist eine UMP. Komm ich, nehm ich, nehm ich mit. Hier in dem kleinen Häuschen. Auch mit jeder Menge Munition. Kranken City, oder was ist unser nächstes Target? Weiß nicht. Ah. Hab wir so grandioser Kacken können wie vorhin? Ich mein echt, mein Dreierhelm gegen so'n scheiß Fahrradhelm. Ich hab noch ein Holo für dich, ähm. Ich hab... Nix. Holo hab ich. Wann mach ich das jetzt weg? Ich hab noch ein Vierfach Suche auf meiner Scar. Aber ich mach dir lieber auf die M4 und nimm die Scar als Otto. Also Harry ist noch alles zu, ne? Also Harry ist noch alles zu, ne? Ja, dann wird das Nacken auch alles zu sein. Alles zu tun. Nobody knows the trouble I have seen. Ah, nee, da wird geschossen. Harry? Harry? Nee. Harry Potter. Wasserstutz. Ach. Weiß ich das. Weil ich's gehört hab. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Ich geh direkt in die Mitte der City. Ihr könnt ja rechts und links. Geh links, geh links, geh links. Geh links. Ich mach die Mitte. Bin da schon mittig. Ganz rechts machen. Geh doch du jetzt schon mal hoch hier ins Haus. Du läufst in der Garage bei Tarn. Ich weiß, da soll der Afro machen. Ja extra. Ich mach rechts. Ich mach rechts. Hallo, hallo. Ich mach rechts. Haben wir gesagt, was ich rechts mache? Na du. Hallo Team, hallo Team. I will take the white side. Aber schlecht. Red Dot. Red Dot. Ah. Red Dot. Ah. Red Dot. Ich schalte einfach, aber ich kann ihn nicht grabben. Auf. Ich schalte einfach. Ich schalte einfach, über das Ding. Ich schalte einfach, über die Bisse. Was, nachdem. Die Bisse ist das Ding. Ich schalte einfach, über die Bisse sind. Was, nachdem. Du bist. Na, guck. Ich krieg noch eine Bratpfanne auf dem Dach und drei Rüstungen. Ich dachte, du machst Mitte, jetzt läufst du links und lang. Erstmal die ganzen Sachen von dem Kollegen gelootet und dann, ah jetzt mach ich mal meins. Mit der Mitte meinte ich eigentlich auch... Richtig Lootgeil, Alter. Richtig Lootgeil, Mann. Ich hab ein Brecher... Wir können los. Hier ist noch eine Scar. Ich hab eine... Braucht jemand AK-Munition? Ich hab sehr, sehr viel AK-Munition. Ich hab eine AK-Munition. Ich brauche dir mal lieber einen neuen Helm. Ich hab mal einen Dreier weggeschmissen. Gegen... Gegen den Rotz hab ich so getauscht. Kann man jetzt hier eigentlich oben auf dieses eine Dach? Ja, ne? Warum, oder wie war das? Ja, Andy. Ich hab's aber noch nie geschafft. Hey, der ist auf meiner Seite. Komm. Ich hab doch gerade schon mal erklärt, was ich meinte. Ich mach mit. Das ist aber rechte Seite. Hey. Ich hab noch eine AK. Egal, ich nehm mir einfach die K, die da hinten liegt. Hehehehehehehehehehe. Also, dann brauchst du die Munition jetzt von mir? Äh, ja, so ein bisschen wär nicht schlecht. Ja, dann komm mal her, weil hier ist nämlich sau viel Munition. Eigentlich hab ich jetzt schon genug für die K. Ich brauch nur einen Sucher dafür. Ja komm, ich geb dir meinen Vierfach. Wird zu blöd, um da auf dem Baum zu laufen. Ich geb dir meinen Vierfach, aber ich hätte gerne noch mal irgendwie einen Hull oder so. Ja, ja, kann ich dir geben. Ich hab jetzt ja meine weggeschossen. Also, wenn ihr einen Zweier Rucksack seht, ne? Ja, ich brauch auch einen. Ja. Ja, ich hab auf dich geschossen. Haha, hat sich direkt gelohnt. Schalldämpfer AR. Ja, meine Seite. Ja, du bist ja nicht mehr aufs Dach gekommen. Ich hab's ja nicht mehr versucht. Ich hab's ja nicht geschafft. Selbst ich hab ja fünf Anläufe gebraucht. Selbst ich hab dafür ein paar Anläufe gebraucht. Nee, fünf hat er gesagt. Fünf. Also, selbst wenn ich dafür ein paar Anläufe brauche, ne? Also, wenn ich... Ich... Tom Paris Hull ist persönlich. Wenn ich... Wenn ich da ein paar Anläufe für brauche, ne? Achso, halt. Ich wollte dir noch die AK-Munition geben. Ich hab eigentlich genug dafür. Dann schmeiß ich die jetzt weg, weil ich hab's nur... Lass mal zum Garagenhaus und hoffentlich... Ich hab noch Fünfer-Munition, hab ich noch 90 Schuss dabei. Ja, die hab jetzt... Ich hab jetzt selber meine weggeschmissen. Äh, meine AK. Weggeschmissen, weil ich nur... Ich hab ne Am... Ich hab ne Kompensator für AR, ich hab ne Flasher dafür... Hier... Ich hab ne... Ich hab ne Skar... Ja, gib mir den Aussatz für die K. Er liegt. Da ist uns ein Quad drin. Ja, wo? Ja, wo ich bin. Hast du ihm jetzt... Hast du ihm jetzt... Hast du ihm jetzt eigentlich ein Schally gegeben für diese K? Ja, er hat... Er hat ne AR... Er hat ne AR Schally. Ja. Was? Was? Ja, dann lass direkt weitermoven, ne? Da ist ein Moppet. Da ist ein Moppet. Da ist ein Moppet drin. Ja, wir können halt... Ne, wir machen eben das Haus hier. Boah, ich bin eigentlich fertig. Ich doch ein 4er Superboy. Boah, ich doch nochmal ein 2er oder so. Ich meine ein 4er, ich mag den 2er nicht. Ja, gemeines. Hier liegt ne SKS. Schnappen wir das mal auf, wir Jungs. Schaut euch ein Drive, wer will was? Geht's hin. Bei dir mit dem markierten Ziel Einwischer. Immer. Berg? Ist das ein Berg da noch? Weiß nicht ehrlich gesagt nicht ganz genau. Aber ich hab hier... Oder wir nehmen das ja drüber. Ja, ist noch keiner. Ich glaub hier war ich noch nie, als wir hier hätten. Echt? Also... Ja, ich war schon mal hier auf der hier. Aber hier noch nie. Die Idee find ich gut. Ja. Fand ich auch noch eben. Ist eben gut, als ich noch Fahrer war. Boost. Nein. Komm voll drüber. Komm. Soll ich mal voll jumpen? Jump. 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 Nice. Ja, da sind mal... Da sind mal... Dinger sind da rum. Ja. Auf das Gelände. Sehr gut. In der Garage? Ja. Ja. Doch, doch. Hinten. 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 Vorsicht, ich muss das Ding parken. Aber da auch nicht. Ganz aus ist leer, da ist nix ey. Da war doch ein Sonnenbrin. Hinten. Ja, aber da waren wir weiter zum Blauen. Ja, ich würde schon... Ich finde das hier nicht geil. Wir können doch hier auf dem Berg bleiben. Hinten. Auf dem Auto erstmal auf dem Berg bleiben hier. Falls sich die Zone wieder anders verändert. Wollen wir uns das Haus erstmal ankommen. Was das für eins ist. Oder das... Großes. Wollen wir rein? Ich meine du kannst... Naja, weiß ich auch nicht. Naja, lass halt mal rein. Naja, für Häuser. Alles weg. Genau, stell das hier am Rand ab. An der Straße. Genau, so steht's nice. Welche drin? Ja. Kann schon mal werden. Können wir hier alles zumachen erstmal. Ja, wir sind... Wir müssen wieder hoch auf den Berg. Ich finde den Berg einfach da oben besser. Oder gehen wir doch zu diesem Garagenhaus. Ja, oder? Hm. Ja, wir können tatsächlich auf dem Berg. Können wir auf dem Berg bleiben? Weil hier hinten ist ja nix. Hinter uns. Hier ist ein Vierfachführer. Jo, nimm mich. Meiner. Achso, du brauchst nur einen. Dann nimm du. Wo ist der? Hier. Auto. Der fährt von auf die Straße, oder? Ja, der fährt oben entlang. Der ist oben auf dem Berg. Rechts weg. Richtung Südwesten. Lass den Berg hochlaufen. Komm. Erste Frage. Oh, okay. Der ist Südwesten weg. Ich sehe ihn nicht mehr. Hoch. Komm nicht hoch. Hey, aber wo ist der hingefahren? Ja. Wir werden wieder zurück. Wir müssen zur Stadt. Wir müssen weitlaufen, ne? Ja, wegen mir. Können wir gleich mal zu grün gehen? Ja, wegen mir. Ja, wegen mir. Jo, wir können auch raus. Ja. Go. Ja, wegen mir. Jo, wir können auch raus. Ja. Hm. Ich bin der einzige ohne Sucher eigentlich. Ich gebe dir jeweils einen Vierer, ja? Mhm. Ja, komm. Tom. Gib dir den Vierer. Hast du einen Zweier oder sowas? Ja. Ja. Ja, dann gib mir den Zweier. Nimm dir den Vierer. Was denn nicht? Ja, ich treffe wahrscheinlich nicht. Hier liegt er. Hast ihn? Jetzt. Auto, Auto. Gib mir den Zweier. Der liegt, der liegt. Auto von Süden. Feld an deinem Haus. Ja, komm. Lass sie abknallen. Wenn sie den rein wollen, die Garage, ab dafür. Ja, oder wenn sie auf dem Dach liegen. Ich habe auch ein Schali, wie gesagt, ne? Ich zeig mich ja vor gar nicht. Ja, ich auch nicht. Die sind vorne rein. Ja, shit. Einer war auf dem Dach. Ja. Ich sehe nicht mehr. Oh, du könntest noch am besten vorgehen. Ich bin drauf, dass bald was kommt. Ich hab. Dach. Wir haben Pernzeit. Wir haben Pernzeit. Wir haben Pernzeit. Wir haben Pernzeit. Das ist zwei. Guck mal nach hinten. Also, er liegt jetzt. Nein, warte mal. Ich geh mal schnell. Einer ist auf dem Dach jetzt. Ja. Du bist eine K, ne? Ich komm da nicht dran. Ich steh nicht. Ich bin nur ein Teil vom Dach. Kannst du auf die Fenster ziehen? Wir müssen... Moven. Zur Stadt wieder. Shit. Lass warten, bis die rauskommen. Die kommen wieder... Die gehen wahrscheinlich wieder vorne raus. Der Wagen im Blick. Du bist im Wagen im Blick? Ja. Oh, da kommt einer von Nordosten. Der Berg runter. Nordosten. Da kommt zwei, drei Richtung Nordosten. Für mir oder was? Ja, ja, ja. Die sind nach dem Haus raus. Die sind nach dem Haus raus. Die laufen auch uns zu. Einer ausgeknockt. Nordosten. 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 kann ich mir nach nordost am baum ja ich sehe ihn am baum einer ist ausgenockt oben am baum direkt am baum unter und am baum hier vorne der den wir gekillt haben gerade ich habe noch ein ausgenockt hier am vorn am ersten baum siehst du wo ich nicht schieße ja da der baum ist er der große waffe es war richtig dicke wundern leute wir müssen kommen ich habe zwei ausgenaut lasst gehen ja was willst du machen ja ich bin hier bei der wahl und geht jemals hat noch ein ausgenockt im haus drin und lauf zum haus wenn man bei dem typen mit der muss noch einer drin sein ja schmeißen ding ich will das auto wir müssen die zone fahren ja der im haus hat jetzt ich habe den ausgenockt ein da ist noch einer am haus am berg die zone ist unterwegs abmarsch kannst du kommen fang mich ein ja ich bin da die umzingeln dich die pushen dich eine links eine rechts hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir rennen welche weg ja ich habe keine zeit wir haben einfach wieder zu wenig angriff haben wir gemacht wir hätten einfach wir haben einfach zu lange rumgegammelt entweder hätten wir die pushen sollen oder wir hätten ja wir haben zu viel begammelt das stimmt also nicht in mein nicht innerhalb der throna hoch zum berg vielleicht da läuft er naja ausgenockt von da oben da oben sind mit dem beschäftigt ja du musst ja nur zwei mehr dazu ja andere waffeln hatten wir facking ernst alter ich war drauf ne muss sich bewegen egal gut für dich da vorne ich würde einfach warten jetzt auch gleich ich verhalte mir natürlich Rücken hinzuzüge ach Junge oh der kommt gut er ist davor aufgegangen pass auf nichts, dass er zu links kommt, ne? sich umgeht ein Stück er wird runter gehen zum Baum du kannst wunderbar hoch schauen, weil er sich nicht er bleibt da, du bist in der Zone muss auf jeden Fall runter kommen zu dir ach, dass er nicht direkt fällt alter ultra lächerlich da stehn Junge geht zum nächsten Baum er ist selber auch noch in der Zone drin ja ja da oben links ist noch einer, der kriecht da runter ja 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 da ist er links ja ja er weckt sich ich würde ihn nicht töten wir haben vom Raum an ja aber er kann ihn, er kann ihn ja ansagen, ne? er sieht mich gar nicht, der weiß gar nicht, dass ich hier bin ja jetzt mal, wenn du deine Waffe rufst gegen fünf weil einer ist ausgenockt ja ja du musst zum nächsten Baum, ne? einer ja, dein Ding, der ist vor dir irgendwo ja du musst hingehen zu ihm hast du noch Energy oder sowas? ja aber der hilft mir nicht viel ja aber fest ach ja das hängt das hängt wo links von dir rechts von dir da von den Bäumen hängt der ja, von den Bäumen, 100% ja ich würde aufstehen er hat die bessere Position ah, da rechts er hat nicht die größte Ahnung, wo ich gerade bin naja, scheiße, man aber doch mal davor wir würden die coole gehen dann aufstehen oh oh ja er ist zwischen den zwei Bäumen, oder? direkt hinter dem, ja hast du noch was zum heilen? warte, ich guck gleich er ist aber in der Zone, ne? er muss jetzt zu dir kommen äh? äh, er muss kommen, er muss kommen er ist da nicht mehr der ist da nicht mehr der ist da, der ist da da ungefähr er kann über den Berg gucken, ne? ich will mich hier nur ins höhere Gebüsch legen oh, ich sehe nicht aber wie vorhin bei mir, ne? mit dem Stroh wo? keine Ahnung, woher ja, war der von links, oder? ja, von ziemlich weit links, ja egal, gute Runde jo